Für unsere Gäste in der Rote Necke, Andri Honestin! Zwei Gegner, ihr kennt ihn alle, es ist sehr gut! Der Referentfall ist voll überrascht! Krieg frei, Runde eins! Ja, die wird auch wieder überrascht! Die Rote Necke ist voll überrascht! Ja, die Geräte! Die Geräte ist voll überrascht! Geht die Geräte auf, die nehmt den Rote Necke hier! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein Schiff, ein Schiff! Ich frage ich mich zu Hause. Das ist ein Ruhm, das ist ein Ruhm, das ist ein Ruhm. Ich frage ich mich. Ich frage ich mich. Ich frage ich dich. Ich frage ich an den Ruhm. Dobrze! Wo ist Andrzej? Wo ist Andrzej? Noch mal euer Applaus für den Andrzej. Und ganz speziell für den Serkan. Sie wird durch Aufnahme 101 der Rotschaus-Promote-Ecke, Andrzej Chobot-Detspie. Ihr habt's gesehen, der Serkan hat sich an der Schulter verletzt. Er wollte weitermachen, ging einfach nicht mehr. Noch mal euer Applaus! Ja!